Diamanten Diamanten Hey und herzlich willkommen in unserer zweiten Folge von Minecraft Revenge 3 Yo Leute Die Mumu ist wieder am Start und wir schauen direkt auf den Server 3, 2, 1, drauf Mal gucken ob wir drauf kommen Sicher, sicher Hey cool, ich kann schon abbauen Alles geklappt Denk schon Ich hab mir mal ne Eisenbrusche gemacht Ja cool Da sterbe ich nicht vielleicht an der Witch Meinst du? Haben wir noch ein Eisen übrig? Ich hab noch 4 Eisen Wie viel hast du? 2, aber ich würde cool gerne eine Spitzhacke machen Ja die kann ich dir geben, warte Ja Gut danke Machen wir mal einen Eimer und geh nochmal hoch Jo Soll ich da mal weiter machen Kannst du tun Ja ich guck mal schnell hier hoch Ob ich Ja es ist Nacht Ok Da ist auch Wasser da unten Geh? Falls du wissen willst Echt? Ja Gut dann komm ich runter zu dir Mit Fackeln, wie immer Die Fackeln Fackeln Da sind Fackeln Hast du die aufgestellt die Fackeln? Nein, nein, nein Nicht? Sicher Boah Na ja Hey ich komm mal Du musst mir sagen Wenn die irgendwo Stellen sind Wo ich aufpassen muss Joa Bis jetzt noch nichts aufgefallen Alex wir können auch hier lang Wo gehst du eigentlich lang? Du buddelst dich mit der Querfelde ein oder was? Ne ich mach die Futur gerade ein bisschen Kohle fahren Ok Guck mal weiter Guck mal weiter Ja Boah Das ist ja gut Hier ist Iron noch Warte Ähm Iron Hast du auch mal mitgenommen? Hast du auch mal mitgenommen? Hab ich mitgenommen Hast du den Ehefanzer? Ja ja hab ich mitgenommen Ok cool Ich geh mal weiter entlang Na ja hier bin ich auch Na ja hier bin ich auch Ja Hast du das Karis da unterher gebaut? Nein Ok Sind aber viele Wege Also da lang wo du bist Da in die Richtung Oder hier runter Ich würd sagen wir gehen hier lang oder? Weil hier ist noch keiner Weil hier Ja Hätt ich auch gesagt ehrlich gesagt Achso Da für Pfeile könnten wir Grabber aufbauen Aber Wie gesagt Wir sind nicht bei UHC Run Ja machen wir später Nein du kannst Wenn du hier Gravel abbaust Ähm Kriegst du keine Pfeile Das war UHC Run Alex Ja sicher Aber Ich mein eben zum Craften Für fliehen So Müsste Alex runterlaufen Die Höhle ist unten aus Wie die ist aus? Geh da nicht weiter? Nein Dann bauen wir uns nach unten Ja So Du Willst du noch eine Eisenbrust gleich haben? Ja das wär cool ja Dann mach ich mir nämlich auch noch eine Eisenspitze Hacke Guck solange hier oben nochmal weiter Mach gehts Cooler Aber hier gehts runter Alex Aber hier gehts runter Alex Auf der anderen Seite gehts runter Achso Sollen wir dann auch hier Weiß ich auch noch nicht ob wir hier lang gehen Kann ja auch sein dass hier Weißt du wie gesagt dass hier schon welche lang gelaufen sind Mhm Okay kann das sein Aber da wo du bist da ist noch keiner lang gelaufen Weil da mussten wir uns ja auch erstmal frei bauen So ist es ja Aber hier unten steht ein Creeper den seh ich Creeper Erfahrung haben wir beide Hier letztes Waro Ja Aber Gott sei Dank bin ich nicht von dem Creeper gestorben Oder wir beide Da sind beide nicht dran gestorben Ja So Alex wenn du her kommst kann ich dir eine Eisenbrust geben Ja ich bin schon auf Rats und Ebene Ach du baust dich runter ja? Ja Na dann guck mal dass du auf Höhe 11 kommst Oh mir steht schnell die Koordinaten ausblenden Doch Na du kannst nur Koordinaten einblenden Da musst du halt rausschneiden das ist ja aber Ja man ja Kein Problem So ich brate mal noch das Rest hier Ist das so schlau eigentlich Wahrscheinlich Wahrscheinlich ist er schon drunter Ja kann natürlich auch sein Auch schlau Hä Was? Du bist auf 6 schon Ja ok muss ich mich höher Alex ist zu tief Ja Ja nice Auf 11 gell Mach mir noch ne Iron Hose gell Ich mach das Ich hab da 100 Bill Iron angefunden Ja mitnehmen alles mitnehmen Mhm Soll die Rats und für Level auch gleich machen? Kannst du machen ja Ok Hey wo waren die Spiele Ja wir sind alleine auf dem Server Keiner da Will keiner mit uns spielen Das würde gerne ein Wunsch spielen Das ist das andere Essen hab ich wenn du was brauchst gell Ok ja Na ich hab mein Zombiefleisch das ist cool Ich hab mein erste Spitzhacker gleich verbaut Ja läuft Ja Ich komm runter gell Mach das Und da war das Iron Ja Auf Höhe 11 ja Ja Fast Ich bin Bad Rock wenn wir es genau nicht Haha Ok jetzt bin ich Höhe 11 Ok Du hast dich drüben wieder hoch gebaut oder was? Mhm Alles klar Sicher sicher So Strip Mining Los gehts Jo Ich baue gerade aus Du baust jeden dritten Block baust du rein Ok Kann ich machen ja Wie weit zu hundert sie gerne Ja ok Nein also nur oben du musst nicht komplett rein laufen Alex nur oben abbauen Ja Hab ich auch schon wieder verstanden ja Jo Ja genau jetzt wenn wir es irgendwie Ne Jo Redstone Bats Wie wir sehen Spitzhacker Mhm Brauchst du eine oder hast du noch? Ne brauche ich eine noch bitte Oh Lava Nice Dass ich Wasser einmal dabei hab Brauchst du noch ein Hier ist die Spitzhacker Ja Wasser einmal hab ich ja Ok Jo Diamanten Diamanten Ey erste Folge direkt Zweite Zweite Ok stimmt Ey das kann ja nicht los Das kann ja nicht wahr sein Warte ich baue ab Mit der Eisenspitze Ja sicher Diamanten Ja Ja ok Du hast einen eingesammelt Alex Ja für den Achievement mache ich das gerne Gibst du mir den mal bitte Ja warte Tag 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 Boah Du holst mir immer die guten Items nehmen Nein ich mach ich will eine Diamantenspitze machen Ja Boah Warum hol ich das wohl So Ich geh mal Wasser rein Hey wir haben eine Höhle angefangen Das ist ja ziemlich neif Ja vorsichtig Geh Ja ok Batz im Lava Na schön Ja ja deswegen ja Bau mal vier Obsidian ab Geh Jo Mach das Dann brauchen wir noch Zuckerrohr und noch zwei Diamanten Ja Bis jetzt finde ich nur Redstone da in der Höhle Und Kohle und Eis Und Kohle und Eis Ok ist anscheinend ziemlich tief Eisen 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 Ja Eisen immer mitnehmen wir brauchen ja dann auch anders Mhm Achten ziemlich viel Rücken Irgendwo dann in der Nähe her Wasser Na gut Rechtsrum oder linksrum Ähm Bin wieder zurückfasst Mach dir auch gleich noch ne Hose gell Danke lieber Oder willst du ne Spitzhacke Katze Vorsicht Oh Unter Push Ja Deine Brust und deine Hose Danke sehr Du wieso legst du hier überall Blumen hin willst du dass ich die mitnehmen oder Ja sicher Alex komm schon mal mit hier rüber Kann ich machen Ich weiß ja nicht in welche Richtung du gelaufen bist eben Ja sie sind direkt aus bei beiden Wegen Hier ist nämlich auch noch mal ne riesen Höhle Was soll ich machen 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 Oh Das ist die Pizze Und Ich Hallo Hallo ja warum nicht vorsicht da hinten ist ein kompletter Lavasee Lava ist immer gut ja Lava ist immer gut vorsicht hier kommt Lava runter hier kommt Lava runter ja also nicht nach oben weg bauen ach so von oben an weil über uns ist Lava cool willst du wieder zu dir bauen oder nicht weiß ich gerade auch noch nicht ne ich komm dann rüber zu dir hier scheint nichts mehr zu sein außer Redstone aber Redstone ist eigentlich Anzeigen war mal Anzeigen oh hier ist ein Crafting Table ey echt ist aber nicht unserer ne hm ok hätte schon fast aus ob sie dir einen ausgelockt hätten echt ja schon oder ah Alex Alex pass auf pass auf ne ich mach ne das ist einfach nur ein Crafting Table Alex du sneakst gell ja mach ich komm mal weg von mir nö keiner gut dann komm wieder runter hm ja so witzig wir sind direkt vor uns in der Crafting ja Vorsicht baust du hier gerade ab? ja 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 dann pass auf da ist Lava gell ja da ist es viel Lava so mit dem Schocken das sind das sind die hm irgendwie so nicht zu früh hier hast echt? hier ja 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 3 Minuten sind wir weg jo jo ich baue ab mach das ich höre ein Skelett ich höre ein Skelett echt? du weißt auf dass du nicht in die Lava geschossen wirst ja was Skelett? ich höre ein Skelett ja ok da ist der Weg wo sie ist ne? ja uuuu hey da ist das Skelett ja? ja schreck hier ist auch ein Skelett wo ich bin jo bin hinter dir oh Gott Entschuldigung hier ist auch ein Crafting Teleblower das war der von vorhin mhm lass mal in die Richtung weiter gehen im Skelett wo du vorhin wolltest oder gegangen bist na war nicht nix mehr eigentlich war da kein Lavasee oder sowas? mhm ich höre ein Zombie wir haben jetzt vier Dias zwei brauchen wir für den Zaubertisch mhm zwei vier Schwert mit der ersten ne Dias Schwert ja 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 ich ich verzauber auf Eisenschwert mhm boah wenn grad ein Iron Hermann jo wie gesagt ich verzauber auf Eisenschwert gell weil da brauche ich keine Bücher dann kann ich komplett auf Eisen verzaubern ja mach das wo bist du eigentlich ich bin hier hinten und buddeln ein bisschen buddeln buddeln ah da hier ist Lava pass auf nicht dass du hier jetzt hier lang willst und dann ne ne gut bist du bei mir? eine Minute bin bei dir eine Minute noch ja Katze ganz wichtig dass du jetzt hier kommst buddeln wir uns jetzt in die Richtung weiter oder wollen wir mal die Höhle weiter dann jo wo gehts bei der Höhle noch weiter? ich hab nix gesehen Alex vorsicht da vorne könnte Lava sein also nicht dass weil du oh hier warst du jetzt hier eben? ja hier ist Iron weil nicht weil das ist den Fehler hab ich mal gemacht ich bin nach vorne gelaufen immer ich hab immer den Block unten abgebaut und bin vorwärts gelaufen gell und dann irgendwann läufst du in Lava rein ach so ok weil wenn du unter dir den Block abbaust und da ist Lava du läufst ja immer weiter mhm warte und wie? ups das war Käse was ich jetzt gemacht hab jo Alex kommst du her? ja kann ich machen hier hier dein ist ja rum 10 Sekunden nice na? nö passen ja aber halt nice zweite Folge 7 Dias gefunden war ja nicht ganz ok war ganz ok oder? gut Leute haut rein wir sehen uns in der dritten Folge wieder hoffentlich mit mehr Diamanten macht's hübsch und ciao tschüss danke fürs zuschauen falls euch die Runde gefallen hat gebt einen Daumen nach oben vergesst nicht zu abonnieren falls ihr nichts mehr verpassen wollt und bis zum nächsten Mal tschüss reden bis zum nächsten Mal dann